einer der ist gar so oh mein gott richtig haupt genommen bro ja das gar 1 2 1 ich habe den 2 damit ist die willkommen zu wenn ich mich noch wirklich hinsetzen sonst wird alles nichts mehr heute nachdem ist es aber nicht lief Prozent aber schnell das Spiel wechseln kennen wir ja jetzt wird er gestoppt hier aus der Ebertausse Null finden ich glaube so heute auf AG ist mit euch passiert ja Sigi damit es weiter geht äh gesprochen ja das war es auch der Komplett das gibt es so fette Rauchwolke mhm ich glaube hier war der Sucking Suck unterwegs und hat ein bisschen zu viel Shisha geraucht auf einem Fleck ja Sucking Suck, heute war Sucking Suck auf Thema in den Comments Null Suck, easy wanted Suck, meins Fendi hier das sind immer da außen das sind die Schatten bewegen sich Schatten bewegen sich einer kommt links hoch ja, habt ihr? ne, habt ihr noch nicht beide nein ach man ich konnte nicht zu und hab ihm direkt den Heddy gedrückt komm der phoenix muss jetzt eigentlich regeln der andere kommt auch noch da hoch das ist die Sofa die ist auch noch oben er ja ja der Wegenhoff regelt ich mach einfach gar nichts Typ der ganze am Anfang auf kauf steht sei weiterhin unser Auge Sofa Sofa regelt, weißt du? ja ok, gut dass ich gekauft hab und es zu merken, dass es überrüstung ist ich, äh, pass mach nichts Mann, Sofa so ein Sofa ja 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 schieß mal den in den Nackenkuh ich werde ihm das Licht entreißen das glaube ich nicht Deckung unterwegs Deckung unterwegs Deckung unterwegs nein, nein, nein oh hoho nein, oh der Mikrofon kratzt du kratzt nee, das ist meins nee, das ist immer noch hä? sicher, dass es nicht deins ist? ja ich hab dir was geändert hä? ich muss mich verarschen jetzt einer hinten schuppen oder es reinknallen es bringt nichts es liegt nicht an mir ich hab mein Handy weg getan du schaffst das meinst du? sag doch krass sagst du nicht hä doch, du weißt, du weißt ganz genau was ich meine nee, wir nicht er verändert meins Plan oh mein Gott sag ich ja safe war auch da hinten keine Ladungen mehr okay der ist oben ne der ist hier safe ist da andern war glücklich nur rum hier oben ist niemand mehr mit der verletzte mit der verletzte vielleicht nix anderes machen außer Plan ja so gehört sich das ich will die Bombe nicht wieso nicht? wir alle vordern vorbeilaufen frech aber oben ist auch dafür geeignet weil er sich gut teleportieren kann er ist auch gut beweglich ich mag das auch Bombe zusammen wir finden das vollkommen in Ordnung ich nicht weil du bist auch ein Noob äh das ist richtig und das ich stehe ich stehe ja nicht nur 4 zu 1 gerade aber okay und bin auch noch erst im Team aber okay aber es ist auch unter Schlösser von daher ist er schon richtig jetzt geht er außen rechts okay auf A sind sie alle wie peinlich auf A Spots sind noch einige wird nach B gehen ja ja okay ja lass es nach B gehen komm ein Gegner übrig wehe frei platziert gegner gesicht nice ich mach einfach gar nicht ich kann die Flatter wird durchgepomben easy mehr brauch ich im Leben nicht einfach Bombenflatter so wo stehe ich dir denn hin? da Mitte noch ein Kill und da habe ich meine Ulti Multi aber ich brauch noch ein Kill oder einen Def äh zwei Kill oder ein Kill oder ein Def oder zwei Defs die Schatten bewegen sich die Schatten bewegen sich die Weckung unterwegt die Weckung unterwegt meine Ulti ist bereit ulti ist bereit hau 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 Hauptsache Ulti ist bereit mit mir direkt auf oben rechts noch einer versuche ich zu machen das ist von der Gefohle das ist nicht bitte ach komm und dann immer noch ein Motorrad werde wieder stoppen ich habe den Speicher geil flennen ich krieg's nochmal ich krieg's nochmal ich krieg's nochmal die Chance zu flennen Hauptsache ich hab flennen alles andere im Leben ist egal oh oben ich bin aufm Weg oh schade ich wollte ihn abstechen abmechen abmechen abstechen mechen abstechen mechen abstechen mechen so sieht's aus ihm aus ich brauche einfach nichts kaufen das ist mega witzig ich bin schon bei irgendwo 11.000 easy ich bin der einzige der negativ steht weil ich durch die Bombenplätze ich hab kein einziges Mal geschossen bisher let's shit ach krass ich bin wieder alleine finde ich auch schön ja jetzt hat er geklappt weißt du dann geh ich auf die Mitte ja bei mir hier ist einer ja einer rennt erst gar dazu oh mein Gott hab ich dich Hops genommen bro das war der Plan ich hab einen Killen bereit gegeben ich hab einen ich hab einen auf B ist auf B ist noch einer der kam mir entgegen also ich weiß ich mich nicht auf den teleportiert hab ok ja moin der fragt wie du da hingekommen bist haha wer äh der Gegner der fragt wie du zum Defenderspawn gekommen bist ja ein Baba äh ich check dir nicht dass du oben bist oder Brimstone ja den hab ich ich bin auch ich hab gespawnt und äh Sage ist weggerannt und brimstone kamen entgegen dann kam damit nur drauf glaube dass ich auch immer vollstand hat er war jetzt der andere wo ist der steht ne auf B glaube ich ich und ich dann lässt mich nicht ja ok jetzt war ich ok vier Runden hintereinander ne 5 easy weil ich liebe oben das Ulti die sagt auch awesome 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 wow schluck auf kick rein ja besser kann ich nicht wieder kriegen danke erledigt ja habe ich schon so gedacht ich habe ja gar nicht nein ich habe so veräumt habe so veräumt Leute ja wegen Dorf auch Junge Blenden hier Blenden doch ich kann nicht schreiben wie willst du das 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 ist platziert ja ich andere ist so gut stumm Da hättest du hochschlaufen können. Ne, das war zu weit. Salz, ganz wichtig. Salz. Salz. Das kommt vielleicht nicht mehr. Das ist easy. Meine Bombe. So, auch deine bleiben. Alle waren ab. Du hast ja auch gar nach A. Ja, ist doch. Rechts ist B. In meinem Leben war B immer rechts. B kommt nach dem A. That's true. So, erstmal wieder den Zwischengang wegsmoken. Smoke weed everyday. Ah ja. Das war kein Aufruf. Das war einfach ein. Nein, nein. Eines großen Helden. Ich heile dich. Äh, ich glaub oben tatsächlich. Nein. Ich heile dich. Wie fehlt dir noch für deine Ulti? Äh, zwei Kids. Oder zwei Orbs auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall. Äh, jetzt noch oder was? Ja. Ja. Ja, okay. Nämlich auch mehr, dass du mich noch einer gefällt jetzt. Schade. Wo wartest du? Ein Gegner, parallel. Ich muss doch erstmal hier durch deinen Rauch laufen. Machen wir doch das mal. Ja, mach mal. Ja, ich habe auch nicht das dagegen gestehen. Ciao, russisch, Planning. Das haben wir alles nicht gerechnet. Easy! ... und die Mat You know anyway. und's hier... Oh geil, das kann meine Ulti"? Ist ja der Vorsitzende,VID-Set? Gut socied foundation. Eihihi-He. Mit der Bombe, komm. Jetzt machen wir das richtig wild. Leute, wir machen wilde Nummern jetzt. Komm. Maustaste 4, komm. Spammen. Maustaste 4? Ja. Was ist denn die Maustaste 4? Also quasi links an der Maus halt. Die Seite. Ach, die Daumentasten? Naja. Auf welcher Spot gehst du A oder B? Ich geh erstmal spawnen und dann A. Mal gucken. Okay, dann geh ich nämlich über die Mitte. Aber nee, ich muss ja kurz verzögern. Da hast du recht. Da hast du recht. Smog da erstmal hin. Okay, am Spawn ist keiner mehr. Keiner ist auch klar. Aber du Bescheid weißt. Jo. Und dann geh ich auch. Raze, lass mich nochmal vorbei jetzt. Hier kommt Smoke. Nein, Brimmy. Brimmy. Ciao mit Au, alter. Bester Spruch. Ulti ist außer. Oh, in der letzten Sekunde. Ich hatte 99% oben links wieder in seinem komischen Taktfeld. Nein, ich bin... Oh, kacke. Mann, doch. Okay, das war Lust. Cedric, ey. Cedric, 11-2 und dann machst du so einen Move. Mann. Ach komm, das war einfach komplette Scheiße. What? What the fuck? Hat das jetzt so gut sein können? Nee. Oh, Mann. Einen kleinen Kopf bewahren, bis wir wieder zu Hause sind, ja? Gut. Ah, gut, dass ich noch ein bisschen Geld habe. Ich habe jetzt wieder eine Spectre gekauft, alter. Wie alle? Wie alle? Selbst du gehst immer mal noch Geld. Geld ist halt in dem Spiel kein Problem. Finde ich. Weiß nicht. Also ist jetzt auf jeden Fall krasser. Also. Also ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal die Spectre geholt. Ich habe mir meine Lieblingsverfügung. Meine Fenty. Ich hoffe, es ist kein Skin gibt, seit ich zumindest heute. Ich weiß nicht, wie schnell das ist, ne? Zwei Stück um links. Also 3a. Nein. 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 Doch. Das sind 3a. Ey, da war Feuer. Ich habe das nicht gesehen, wenn diesen Kack-Rauch, Mann. Guckst du, mein Rauch ist gerade schuld? Hä? Guckst du, mein Rauch ist schuld? Nein, nicht deinen Rauch, der von Brimstone, aber er das macht. Ich glaube, Brimmy ist das ja. Keine Chance. Ah. Ein Gegner übrig. What? Okay, der war clean. Äh, dein Mikrofon macht wieder dieses komische Geräusch. Leck mich nicht, ja? Das bin ich schuld? Ja. Nein. Oh Gott, mate. Bist du scheiße, Digga. Oh Mann, ey. Verlassen. Ich gehe auf B, kommst du mit? Ja. Haha. Ich glaube, kein Wissen auf A. Ein Wissen. Alles klar. Nein. Ich gebe ein Mittel dann. Ah ne, geht er auch schon. Alles klar. Okay, gut. Warte, jetzt mal auf. Dann. Wer kommt unterwegs. Stehle die Sicht. Der andere gesichtet. Da sehe ich sie. Den Geräusch... Äh, dein Mikrofon macht hier dieses komische Geräusch her. Mein Handy ist Kilometer weiter fern. Ne. Oh, wow. Gegner gesichtet. Kopfschuss bei der Runde definiert. Die Schatten bewegen sich. Okay, einer Spot. Ein Gegner übrig. Um. Oho. Oho. Mama habe ich veräumt. Oh nice. Wie ist es? Na zwei Runden. Oho. dann sollte ich mit ihm sind. ei 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 ei..." immer Mega Jakana... �� das machen jetzt diese komischen Kacke Räusche, man. die ist weg, was heißt die? ja, mein Handy liegt auch weiter bei meinem ding stück. opin die liegt hinter mir auf meinem bett? ając 熊 Entschuldigung auf dem sofer und ich hatte sogar flugmodus drinnen nein 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 wieder reingelaufen ich habe das ja nicht gesehen ich war erst erst war ich in dem rauch drin und dann kam hat mir so farz ins gesicht geschossen leben der spieler auch kommen leute hat unsere hat unsere sofa ihren dings drauf gehabt keine ahnung bei dem volles gesicht geschossen aber da wir ja ich denke so find out man nice die schatten bewegt sich die schatten bewegt sich die schatten bewegt sich ich bin beklatet mein holger ist bereit Nein! Lennox! Alter, wie er dich angestochen hat, Alter! Ja! Und das wurde ihm zum Verhängnis! Easy! Meins! Ich mach jetzt wieder, ich geh aufs Stearnsborn und geh dann nach A hoch! Mach, geh doch diesmal nach B! Okay, geh nach B! Ja, weiß alles! Ich schreib mal B rein, ne? Ja, mach das! Obwohl das eigentlich nicht so schlau wäre! Weil... Digga, die können doch besser für sich nach A gehen, dann lenken die bei A ab! Und du kommst dann... Vielleicht geh ich jetzt aufs B! Nach A! Mach jetzt... Dann habt ihr jetzt die Unkex-Psychologie-Bedingung! Könnte natürlich womöglich sein! Aber... Daran hast du nie im Leben gedacht! Oh doch! Und... Jetzt! Oh, nice! Oh, danke Phoenix, Digga, dass ich viel sehen kann! Ich hab ein Messer! Lol! Der stand da auf K, oder? Ja! Aua! Was haben wir? Da tut... Ne, no! Ne! Ich hab mein Leben mit jemanden gemessert! Das, was der machen wollte, die Olle! Weißt du, jetzt hab ich das mal gemacht! Keine Ladung! Und jetzt sicherlich irgendwie, easyes Game of Life Spiel! Oben! Gegner 6! Meine Ult ist bereit! Na komm Jet! Push mich! Ein Gegner übrig! Gegner aufwarten! Jetzt geht die Tarnia! Ja! Ich liebe Omen einfach dafür, dass ich jemanden messern kann, das ist so awesome. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl der inneren Befriedigung. Okay. Er war auf K. Es wäre am besten gewesen, wenn er in dem Moment wieder da gewesen wäre, aber jetzt ist es eben geliebt. Ich hätte jetzt eigentlich warten müssen. Ja wäre es ja geliebt. So lange kann man dann machen. Du machst halt nichts. Ja, naja. Doch, warten. wir sind unerschüttert gut allein bf ist wir schaffen der Weg aus sich das ist eh niemand ich hab auch erstmal gesmogen, also mindestens a also entweder bist du das wirklich oder ich hab keine Ahnung mehr was diese scheiß Geräusche verursacht aber ich hörs nein ey ich nehm meine Hand einmal von der kack Maus runter du hast noch jemand gemessert wir haben Messer battled nein Loll nein nein, er trägt ok jetzt nur noch der Loser von Cypher und dann easy schafft es der Fuse aber nicht mehr doch doch ne, jetzt nicht mehr die Ballers easy scha scha wir hätten schon zu Ende es hätte schon zu Ende sein können scha hätte ach ich kaufe schon mal eine ich habe mir jetzt nur die Sheriff und äh ich hab's ich mach das weg und kaufe mir eine tausender Rüstung ok ach man ach man ach man ach man ach man ach man oh man der Mirko der geht ran wer kommt unter Wims wer kommt unter Wims wer kommt unter Wims was ist ja komisch ne, ich nehme einmal die Hand von der Maus und ich sterb direkt damit dann einer entgegenläuft ja Tanging ist a Bitch ja 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 nice ist einfach mal auf den Wims gespürt nein ich musste nachladen steh ich musste nachladen Mami ein Gegner übrig lego nimm dir doch die Waffe mit die einer von unseren Mates oder Gegner gedroppt hat aber ich habe keine Pissen ja und wirst du keine Fliege nach ihr richtet ok mach ich meine wo war der? was hab geahnt ne ich hab was getrunken hm hm oh come on oh come on oh come on oh man das passiert mir eigentlich nicht so oft ne noch 30 kunden spike platziert die Schatten bewegen sich letzter lebender Spieler ohhohohohohoh der Maser der Beste oh come on Wimmhof ich lenke den ab und du machst nix ist gut ich bin noch mal pistole geschrieben ich weiß nicht ich kann nur ein stinger kaufen ist der weg spektro her meine hand juckt nur kurz kratzen und dann weiter geht's weil ich mich nicht verdrückt hatte wie so noch erst mal von der wendel weggeswertet werden mail du hast dich beim snipen nicht bewegen du scheiße ja lauf halt noch ein noch ist gerade so in die ulti vom brimstone reingelatscht alter das ist gelogen ein gegner übrig noch 30 sekunden ich bin doch da ich bin ja ich bin da ich habe salz ist salz ist salz überlegen Prozent kann mir das gemacht ich habe das eingefordert so scharf kann ich auch geben und jocke um das ist die große sind ich doch nur Katze so irgendwie anders geben ja keine Ahnung Gondille Gondille wird deine Classic Ha Der kommt unterwegs Der kommt unterwegs Hab sie gefolgt Ok Ok alle Ne ich glaube nicht Aber B ist nämlich nur noch So ein Rauchding Ok drei Stück Ah ok Na mein Man mein Headset Kabel das ist zum Kotzen Das nervt mega Ja Ja mein Headset Kabel Alles klar Keine Ladung Piss dich Na Was So Ich habe meine Ulti schon wieder und ich habe sie noch nicht eingesetzt man Ich muss auch zwei Leute kehren oder selber Gekillt werden Auf jeden Fall zwei Ops Och Mann was ist denn los Na schade ne Ja Lass ihnen keinen Ausweg Der kommt unterwegs Jo bei mir Alter bis auf die andere Seite der Map kann ich dann schießen Easy Und ich fuhr grad auf zehn HP mit einer Kugel runtergefetzt Und ich fuhr grad auf zehn HP mit einer Kugel runtergefetzt Bei mir war ein Cypher auf jeden Fall Ja Ich gucke nicht Junk Achso Achso Das ist einfach mal ohne Bude Einen Gegner übrig. Let's go. Easy! Alles außer der Finale killst, ist egal. Oh, 5 zu 7 ist okay. Oh, Mann. Dafür, dass ich 05 angefangen habe. Nee, 0205 oder so. Fällt mir eine Bombe gemacht haben. Uiuiui. Auftrag Omen. 150.000 fehlen bis zur nächsten Stufe. Dann bin ich Stufe 6. Nächste Stufe 6. Alter. Was denn? Mir fehlt noch so viel. Schön, naja, egal. Ja, Leute, vielen Dank fürs Anschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Einen Tang! Wir waren zu出來, gravel. Wait, es ist letztendlich? Wir waren zuremos. Die Erfahrung sind auch zu stress. precederen. Das Rennen ... Untertitelung des ZDF, 2020